So, Vorsicht Gegner! Unglaublich! Vorsicht Schneeball! Ja, Vorsicht! Ihr kommt ja alles möglich entgegen! Ja! Oh oh! Rückzug! Rüberfliegen, ne? Okay, so hätte man's auch machen können! Egal! Ja, mach ich doch! Siehst du doch! Ich wollte auf Nummer sicher gehen! Mensch! So, ich bin wieder voll aufgeladen, Mann! Bam! Und durch! So, jetzt dann durch! Wow! Vorsicht! Was? Ich hab dich gerettet! Wie? Du hast trotzdem einen Schrank gekriegt, obwohl ich dich gerettet hab? Wie dämlich! Das ist unglaublich! Das ist krank! Und du bist gleich tot! Bam! Der nervt! Pussy ist da! So, äh, was war hier jetzt nochmal? Hier war die Feuerfähigkeit dran! Ah, genau! Wo der Abgrund war! Okay, raus hier! Wow! Wow! Wir machen den Weg frei! Yay! Wir machen den Weg frei! Dies ist bestimmt sogar mit den wir machen den Weg frei! Weil wir sind ja zu zweit! Wow! Hey! Hey! Zwei mit der Flamke! Nach unten! Nach unten! Ah, stimmt! Da war was! Versuch's mal mit der mittleren Tür! Mit dieser hier! Da! Die! Okay! Wo landen wir jetzt? Schirm! Besen! Haben wir nicht! Boah! Das ist doch nicht zu fassen, ne! Wo kriegen wir das her? Was ist denn das für ein vergewaltigendes Level? Das freut mich auch gerade! Das freut mich auch gerade! Unglaublich! Schirm! Ja, toll! Wir kommen noch nicht mal mehr zurück! Moment! Gibt's in diesem Level nicht irgendwo Schirm? Warte, was brauchen wir noch? Schirm und... Besen! Besen! Ja, das ist... Komm, was mein Papa machen hier! Da, Besen! Schirm und Besen! Okay! Müssen wir uns merken! Schirm und Besen! Also hier am Anfang des Levels gibt's auf jeden Fall etwas derartiges! Da dieses Ding... Ich weiß jetzt nicht, ob das Besen gibt oder... Ich glaube Besen! Ne, Schirm! Schirm! Okay! Haben wir das schon mal! So! Ich flieg einfach mal durch! Ähm... Du hast auch den Schirm! Yay! Oh, du bist tot! Gar nicht drauf auf... Äh... Gar nicht drauf geachtet! Da bist du wieder! Ich scherbten könnte! Ich hätte dich mal vorwarnen sollen! Ich mein, du hättest nur noch so'n klitzekleinen Ball! So! Kommt vor, ne? Jo! Das darf mir in meiner kommenden Challenge aber nicht passieren! Dann bin ich, äh, geliefert! Jep! Würde ich auch mal so sehen! Ach! Boah, ich darf ja wieder mitmachen! Ah, warte! Ich will nicht! Das ist vielleicht schon so! Ja, mach nur! Ich heu mir die Dracula-Fähigkeit! Ja, und tu das! Die nicht existiert! Natürlich nicht! Noch nicht! Ha! Wir sollten Nintendo mal eine Mail schreiben! Es soll mal eine Dracula-Fähigkeit für Kirby geben! Ha, 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 ha! Mein Schirm! Nein! Du hast meinen Schirm zerstört! Wieso hab ich deinen Schirm zerstört? Weil du meinen Schirm zerstört hast! Warte mal! Ich will jetzt mal was gucken! Rick! Hier ist nur Rick! Längs! Andere Seite! Warte! Kuh! Ja, toll! Ha, ha, ha! Ich hab dir doch gesagt, wir müssen links reingehen! Wie bei Zelda! Okay, das nächste Mal hör ich mal auf dich! Du Spinner! Scheiße, ich! Ah, nein, nein, nein! Das war meine Fähigkeit! Ach so! Sag das doch! Jetzt war es aber meine auch! Sorry, ich komm nicht mehr dran! Ha, 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 ha! Epic Fail! Die nächste! So, ich brauch Energie! Scheiße! Okay, äh... Warum hast du mich schon wieder dazu genommen? Ach... Weiß ich auch nicht! So, ich bin mal vorsichtiger! Komm hol... Assimilier... Assimilier mich! Ja, komm her! So! Gott! Vorsicht Eishaufen! Scheiße! Oh, Benz! Oh, ne, ja! So, jetzt hab ich wieder Energie! Ja, so kann man's natürlich auch machen! Ja! Huja als Kupfer genutzen! Alter! Wie geil! Ey! Ich brauche Energie! Danke! Oh Gott! Unglaublich der Mann hier! Äh, unglaublich! Tut mir leid! Leute, mach! Ich wollte nur nicht sterben! Don't try this as home, Leute! Ich kann's euch nur sagen! Im wahrsten Sinne des Wortes! Und... Fläschchen! So, jetzt kannst du wieder da mitmachen! Ey! Du hast... Kaum HP, Junge! Ey, anderthalb! Das geht ja noch! Ja, anderthalb! Für den Raum hier! Ja, geh vor! Ich kann dagegen nicht mal was tun! Weißt du was? Ich hab ne Idee! Kamikaze! Scheiße! Ja! So viel dazu! Oh Gott! Wow! Zieh mich ein! Komm, zieh mich ein! Ja, komm her! Komm einfach her! So! Okay! Okay! So! Nochmal durch! Einmal! Vorsichtig! Äh, äh! Du! Durch, 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 durch! Mich assimilieren! Tut mir leid! Absorbieren! Ich weiß nicht, wie man das umschleden soll hier! Keine Ahnung! Ist ja auch furz egal! Ich brauche Energie! Das ist ein Kirby-Spiel da! Wir brauchen Feuer! Genau! Und das kriegen wir nur hier! Ach, das gibt es ja hier! So! Jetzt weiß ich wenigstens, wozu das gut ist! BAM! 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 Jetzt kannst du richtig schön den Weg freiräumen! Oh ja! BAM! 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 So! Ich gehe jedenfalls ein! Ich hatte sogar recht! Hier ist die Muschel gleich irgendwo! Das ist, äh, steckweißig! Jetzt bleib bloß vorsichtig! Ich sehe kommen, dass da unten irgendwo ein Abgrund ist! Toller Abgrund! Was macht die hier? Das siehst du gleich! Erstmal will ich gucken, was hier drin ist! Ah, hier ist Besen! Okay! Müssen wir uns mal merken! LOL! Hier ist Kuh, da bräuch ich die wieder, um runterzukommen! Weißt du was? Ich hab ne Idee! Was denn? Ähm, du nimmst jetzt mal die Besenfähigkeit! Okay! Ja, okay! Soviel dazu! Ja, ich weiß nicht, wie ich die kriegen sollte! Ich hab mich extra zurückgehalten! Hallo? Okay! Moment! Ach, okay! Wie machen wir das jetzt am besten? Genau! Einmal springen und dann gegen spucken! Wunderbar! So geht's doch! So! Haare, Haare, Haare! Ich bin da drüben! Oh! Okay! Wollt ihr hier? Und wieder wechseln? Macht der Scheißer hier, der Vogel! Ähm, mit dem könnte ich auch die Eisblöcke kaputt machen! Okay! Aber erstmal wieder hier den Weg freimachen! Wow! Und durch diese Tür... Sehr interessant! Muss ich sagen! Ohne Scheiß! Und hier müsste das Schneckenhäuschen sein! Da! Schneckenhäuschen! Ja! Ich hab's eingesammelt! Nur noch das Level Ben! Yay! Oh! Ähm! Scheiße! Ich hab die Besenfähigkeiten! Keine Angst, sie zu benutzen! Und ich habe Feuer! Ich habe auch keine Angst, Feuer zu benutzen! Woah! Alter, ich krieg den gar nicht mit dem Besen! Das ist natürlich... Das ist der Besen so scheiße! Komm gelaufen! Du bist gleich tot! Wow! Alter! Hier kommt vor allem gerutscht, dieses Scheißding! Egal! Komm jetzt! Und weg, ja! Aufs Weg! Ähm! Ähm! Wunderbar! Gut! Ach du Scheiße! Ein Knocker! Äh, was hat das jetzt mit dem Knocker zu tun? Es hat einen... Knochen-Schädel auf den Kopf und es wirft mit Knochen! Das sieht aber bescheuert aus! Kabu ist in Riesenform, oh Gott! Die Dinger heißen Kabus? Kabu, ja! Kabu! Kabu! Also Tabu mit K halt!